Das amerikanische Militär eine gut gehöhlte Maschine auf solider finanzieller Basis. Sie konnte überall in der Welt eine massive Präsenz zeigen. Der Zerfall unserer Nation durch die Schläge eines durchtriebenen Feindes hat all das geändert. Aber die Stärke dieses Landes beruhte nie auf Waffen und Reichtum allein. Vor 250 Jahren bekämpften Bauern und Ladenbesitzer, Drucker und Schmiede ein mächtiges Imperium. Und sie waren mit kaum mehr als Mut und dem Traum von Freiheit bewaffnet. Heute schließt sich eine neue Generation Zivilisten unseren Streitkräften an, um San Francisco dem Feind zu entreißen. Ich bin die Stimme der Freiheit, aber sie sind ihr schnelles und scharfes Schwert. Dies ist ein Krieg des Volkes, geführt durch das Volk für unsere Freiheit. Seid ihr von Colorado Widerstand, die Truppe aus Momjoes? Was davon übrig ist? Gute Arbeit, uns den Treibstoff zu beschaffen. Jetzt kriegen unsere Truppen Luftunterstützung. Ja, aber zuerst müssen wir diese Flak ausschalten. Hey, können wir los? Ihr zwei zu mir! Ihr zwei, folgt ihm! Motor geprüft! Schuh bei 70 Prozent! Bordelektronik startklar! Raptor, hier spricht Wohpherz. Sie haben Statterlauf des Gute Jax. Raptor 1-1 verstanden! 2 verstanden! Stellt das Wirkalt! Ich kann kaum erwarten, dass es vorbei ist. Ich hasse diese verdammte Brücke. 부분ien Sie es hat, Herr Schwer auf 옛. Ich komme rein. Ich kann nur noch wen, die es dauern. Jetzt anschließend ein Ich hoffe, die Musik stört nicht. Ihr Laufwerk, Achtung, sehen Sie zu der TG-Hekopter vom 170. Ende. Raptor verstanden, schießen und formationen. Der Kampf um die Brücke hat begonnen. Wird auch Zeit. Raptor, hier spricht Stalker 6-1. Wir bleiben uns unten halten. Wir kommen unterhalb dieser Kalonenhöhe. Da kommen ein paar nicht-identifizierte Flugzeuge auf uns zu. Kann die jemand sehen? Und runterkommen Sie! Alles okay, Rapp, das ist gut. Den Übel getroffen, verliere Druck in der Hydraulik. Feuer im Motorraum. Kann sie nicht in der Luft halten, wenn sie beim Convoyer... Kümmern darf ich nicht um uns, wir sehen uns auf der Brücke. Das sind ein Wacherkisten für Vertriebs auf der Brücke. Beständig, mehrere Abschiebungen von der oberen Ecke. Ich bin getroffen. 1-4 geht runter, 1-4 stürzt, dann gestürzt. 1-4 ist angestürzt, 1-4 ist im Wasser. Ende. Verstanden, die Dunkelaktion gestartet. Raketen-Darmbau-Fingeres, angreifen! Ausschalten, Granatwärter einsetzen! Not, nicht nach hinten. Stand work! 6-4 prim Universe 6-8, 2-4"? Weltschersprache! Lower3rd live von Wasser, stehe raus zu heißau, никаких nichts zu heis! Wir bench dipp. Verstanden, Werte. Eine Sekunde. Werte. Neue Lattensysteme. Gebiet sicher, sowohl im Schirm geschütten Eintritt. Ende. Verstanden. Da sind fünf Infanterieeinheiten und ein C-99 am Fußende des Bautoms. Über 15 und zwei Raketenlaufatiefs auf der Straße. Zehn Sekunden. Lattung. Lacketenwerfer auf dem Balkon. Raptor 1, Sons für Luftunterstützung. Lacketen! Lacketenwerfer auf dem Platz. Tie будет, existe, Maria! Reketenwerfer! Auf dem Balkon! Reketenwerfer! Das war ich! Reketenwerfer! Ja! Kommt schon, ihr Bastarde! Noch ein paar Yards und wir haben es geschafft! Reketenwerfer! Reketenwerfer! Halt ein Fahrrad! Reketenwerfer! Reketenwerfer, zurück! Wir müssen uns da, packen! Bewegele, die Schrauben! Bewegele, die Schrauben! Bewegele, die Schrauben! Bewegung, Granate! Granate unter Witz! Fehl in Bewegung! Granate unter Witz! Gebiet gesichert! Formiert! Südtor! Hernandez, das Tor öffnen! Sofort! Ja, Sir! Position halten! Panzer! In Deckung! Wir müssen was finden, um den Panzer auszuschalten! Raketenwerfer! Andere Seite! Los! Rechtsrum! Durch diese Baracken da! Ich geh vor! Gib mir Deckung! Unterwanderung! Wir müssen die Sklauze aufschauen! Aufschne засchalten! Schützen Sie! Die nächste Geweide! Los! Gindern die Legal." Hoch! Aufschneiden Sie! Schrauben Sie! Achtung, Granate! In Bewegung! Granate unterwegs! Ja! Jacobs, Raketenwerfer holen! Nehmen den Raketenwerfer! Ja! Schieß endlich! Deckungsfeuer! Schieß nochmal! Schieß nochmal! Morphan, Feind T-99 ist nur noch Schrott! Formieren! Wir richten dem Quadranten einen Kommandoposten ein! Connor, wo seid ihr beide? Wir sind mit der 185. auf dem Weg zur Brücke! Wir wurden ein wenig vom Weg abgebracht. Wir treffen uns da! Wir müssen uns den Weg hinauf zum Turm erkämpfen! Für was von hemp, T-99 ist für den Nachkオ pulled. Wir fühlen uns mit deinen SchPress. Es wäre especant satisf criticized, in deinen parliament auf dem Weg, kommt also zu große Ш und durch die Flügel nach auf dem Weg zur Brücke! Lachen disappoint! Hvor sunnyne Dos. Lachen. Es чемling? Nimm mit, was du kriegen kannst! Der gehört mir! Hab ihn erwischt! Der gehört mir! Wir sind zu retten! Geht mir weg ins Feuer! Unser schwere Fischung! Hab ihn erwischt! Feinde über uns! Wir sind zu retten! Schüsse auf meine Stellung! Gib mir Deckungsfeuer! Das waren die Letzten! Weiter! Ja! 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 Ziel Team 1 stößt auf den Siegern. Alcatraz wurde gesichert. Wiederhole, Alcatraz wurde gesichert. Geh voraus! 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 Helle, ja, Junge! Zusammenbleiben! Helle, ja! Geh mal hier! Obura! Geh mal hier! Men das du, Mistkerl! Life hinter mir! Nimm das du, Mistkerl! Schwerer muss unter meine Stimmen! Nimm das du, Mistkerl! Feuer einstellen! Der Heli ist einer von unseren! Mistkerl! Feuerbasis Bravo! Hier spricht Sierra! Feuer frei! Zehn Ladungen! Alles Ziel! Zielkoordinaten 5QVY459! Ende! Verstanden, Sierra! BP-ICM im Einsatz! Zehn Ladungen! Abgefeuert! Abgefeuert! Bedeckungsfeuer! Augen nach oben! Sie lassen sich an Seilen vom Deck ab! Abgefeuert! Egal, der will ich! Ich enden! Anstehung! Nimm das du, Mistkerl! Bedeckungsfeuer! 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 Bravo, Missione enden! Angel Island, kommt Station verstürzt! Über 15 Tote geschenkt! Ende! M� 1, fight und Ear Rass Off! Bedeckungsfeuer! 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 Ge Bedeckungsfeuer! Bedeckungsfeuer! Werf eine Granate da rein! Toll, noch mehr Stufen. Gehen wir! Vor Path, hier spricht Romeo 4-4. Unser Standort wurde warant. Der LT wurde im Einsatz getötet, zahlreiche Verwundete. Wir brauchen ein Bergungsteam. Wir können die Bay Bridge nicht halten! Faster! Fünf Negatistörer haben die St-Diego-Blockaden gebrochen. Die UNS John Paul Jones und Emilio sind auf dem ECO du Buch zu lichern. Wir haben von einer Strecke gebrochen! Nein! Feinde über uns! Sie sind unten nach! Die Zunge hat nachgedicht! Das Kerl erledigt! Lade nach! Gib mir Deckung! Feinde auf dem Steg! Die Zunge hat nachgedicht! Scheiße! Unter der Schuss! Scheiße! Unter der Schuss! Die Zunge hoch von oben! Die Zunge untersteigt! Die Zunge! Die Zunge hoch ist auf dem Steg! Vorwärts! Drüben, auf dem Steg! Ausschalten! Heilige Scheiße! Steg, die Löwe sind gerichtet. noch ein Stückchen weiter und wir sind auf der Brücke! Sie müssen wieder ausfahren. Steg, der wir sind bei uns. Komm, Pfeifen? Noch ein Stückchen weiter und wir sind auf der Brücke. Get out! Katja, wir sind auf der Blicke! Konvoi und ich sind am Eingang. Der Konvoi ist direkt in Polen. Katja, wir sind auf der Blicke! Rihanna! Wir sind auf der Blicke! Wir sind auf der Blicke wohnen. Verdammt, das ist ganz schön hoch. Wir haben sie flankiert. Feuer frei! Bleib in Deckung! Bleib in Deckung! Bleib in Deckung! Bleib in Deckung! Drei! Bleib in Deckung! Lade nach! Lade nach! Die Wettbewerbsfeuer! Die Tätigkeit, die Schöne hoch! Die Schöne und der Schöne verschwindet! Warpair! Der feindliche Panzer ist erledigt! Jacobs, zu mir! Geh in Deckung! Arme! En Rathne! Du komические Anion. Schöner mit Kroden? Nach Barschild? う bromance! Ich Klein 05-5 Toronto, berühmteancaника! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Entschuldigung! Lade nach! Die Bedeckungsfeier! Rücke vor! Gehe in Deckung! Granatisch! Bewege! Das war ich! Nährlich! Lauf dem! Hör aus! Leichter Panzer nähert sich! Leichter Panzer! Das war ich! Unverschwerter Verschutzen! Die Panzer sind weg! Wir sind erledigt! Hier! Granatisch unter mich! Ja, du hast ihn erwischt! Alles klar! Was? Was? Wir werden auf vier! Unter schweren Bischof! Der Ange hier! Going will! Super! 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 Vorwärts, vorwärts! Wachtürme, in Deckung! Hinter den Laster! Hierher, Jacobs! Wir müssen rausfinden, wie wir diese Wachen erledigen können! Angriffshandikopter, Rückzug! Jacobs, nein! Was ist passiert? Er ist runtergefallen! Wir müssen... Er ist weg! Wir müssen weiter! Mist! Der Helikopter greift erneut an! Wir müssen rauskommen! Der Helikopter wird runtergefallen! Das hat die Entwickler года begann ... Was Sedan, wo hätte ich noch二 rug 2004?! Ja, es steht yet! Leeuwen, ich bin Klantchen im Platt... Ich sehe den Heli nicht mehr. Er fliegt über das Unterdeck. Ich sehe den Heli nicht mehr. 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 Moment, die Kanonen haben FFE. Ich kann sie so umprogrammieren, dass sie unsere Flugzeuge für Verbündete halten. Auf Englisch? Wir setzen ihre eigenen Kanonen gegen sie ein. Sie haben zwei Minuten, dann sprengen wir! Jacob, Rihanna, der Koffer! Rechte Seite! Rechte Seite! Feindliche Truppen nähern sich! Die KFA versucht, die Plattform zurück zu erobern! Stellung halten! Wir müssen Hopper beschützen! Schafft sie mir vom Hals! Wie lange noch? Hilfe! Hilfe! Spür! Spür! Geister! Er ist die heroge! Der Koffer schreit! Der Wiener ist hochgebe! Spür! Spür! Beheilung! Da! Fertig! Bingo! Das System startet neu! Warpads, wir haben die Batterie eingenommen. Die Kanonen gehören uns. Die Jäger können starten! Verstanden. Jäger starten sofort. Es sind zu viele! Ein verbündetes UKIP ist vor Ort. Ich verbinde. KVA-Panzerkolonne nähert sich Ihrer Position. Einsatz des UKIP empfohlen. Sehr guter Treffer. Da sind immer noch feindliche Panzer. Ausschalten! Noch eine, erledigt guter Schuss. UKIP ist auf Bingo-Sprit. Rückkehr zur Basis. Wir müssen hier sofort weg! In den Hamvi! Ich fahre! Jacobs, an die Kanone! Lasst uns von der Wolke verschwinden! Rein in den verdammten Hamvi! Worauf wartest du noch? Angst! Hamvi! Ausschalten! Vor den Trug! Wir sind in der Falle! Fahrzeug aufschalten! Goliath! Das ist einer von Ihren! Rückfester! Weg hier! Wir haben uns anwesiert. Täuschkörper einsetzen! Täuschkörper einsetzen! Widerstand! Widerstand! Den Fass! Widerstand! In den Hamvi! Ich fahre! Ich fahre! Jacobs! Ich fahre! Hammvi! Aussteigen! Hubs! Die Kontrollierte Feuerstöße! Vor den Trug! Wir sind in der Falle! Fahrzeuger aufschalten! Goliath! Das ist deine Mobilität! Retreater! Begier! Er hat uns anvisiert! Täuschkammer einsetzen! Wir haben anzieht Panzerladungen! Einfach weiterschießen! Es klappt, er ist beschädigt! Geht uns zurück? Connor, kannst du nicht gerade ausfahren? Ja doch, siehst du nicht den ganzen Scheiß auf der Straße? Ihr werdet nach links! Schnauze und lass mich fahren! So leid kommt er nicht davon! Du verfreilst ihn! Ach nicht! Pass auf den Bus auf! Achtung der Bus! Scheiße! Hier spricht Connor Morgen! Eine KVA-Panzerkolonne rollt von Süden her an! Er bitte sofortige Luftunterstützung am Anfang der Brücke! Negativ! Eigene Einheiten sind gefährlich nah! Sie müssen sie sofort treffen! Negativ! Sie haben keine eindeutige Erkennung der feindlichen Ziele! Verdammt! Warpath! Feuern Sie auf meine Position! Was machst du da? Achten Sie auf das Signal! Wiederholen Sie das Kamin! Werfen Sie Ihre größte Bombe auf das Signal! Bestätigt! Luftangriff unterwegs! Nein! Connor, warte! Angriffsführer, bestätigen Sie die Sicht! Adler 1 kann das Signal sehen! Paket unterwegs! Connor! Kann ihn jemand sehen? Connor! Kann ihn jemand sehen? Connor! Kann ihn jemand sehen? Connor! Offenbar für ein paar Dinge! In der Russen wetter severekollegen war ja mindestens Er hat ein Interesse von der USA vermittelt in den USA aus den USA und den USA und die USA und die USA. berichtet, dass sich amerikanische Freiheitskämpfer den USA-Militärstreitkräften bei einer Großoffensive auf die Golden Gate Bridge angeschlossen haben. Der Koordinierte Angriff soll der Wendepunkt in Amerika's Guerilla Krieg gegen die koreanische Besetzung werden. In der Zwischenzeit hat der EU-Verteidigungsrat eine Notsitzung einberufen, um über eine Unterstützung für unsere Verbündeten auf der anderen Seite des Atlantiks zu debattieren. Untertitelung des ZDF, 2020